STV-Technik, ihr spart ja gar nichts. Sie kriegen ja alles raus. Wir kriegen alles raus. Die Aussichten für die nächsten Jahre, ich meine einfach fürs nächste Jahr. Mit wie vielen Filmen habe ich zu rechnen? Mit anderthalb bestimmt. Anderthalb bestimmt. Ich meine Sie als Gattin an der Seite des Mannes, Sie haben ja eine Menge zu tun. Sie verteilen das Geld in die Welt? Ja, so ist das genau. Und wir kaufen ein bei Dior und bei Job und bei... Naja, Sie wissen schon. Irgendwie müssen wir ja das Geld und die Menschen wieder...